Mein Name ist Sophia Oparina und ich bin seit zwei Jahren bei der FSI tätig und ich liebe es. Kürzlich habe ich mein Bachelorstudium und meine Maklergrundausbildung erfolgreich absolviert. Ich unterstütze mein Team durch meine Mehrsprachigkeit, da ich Englisch, Spanisch und Russisch beherrsche. Ich bin die Marketing-Expertin der FSI und für alle gestalterischen Aufgaben im Büro zuständig, sei es das Gestalten der Flyer, der Homepage oder die Pflege der Social-Media-Kanäle. Meine Kollegen nennen mich auch den kreativen Kopf und den Hobby-Atealer der FSI. Ich bin die Kreative-Atealer der FSI.